Mit einem schwingenden Keramikelement arbeitet der Piezo-Motor, den Märklin als Kernstück einer neuen Antriebstechnologie für Funktionsmodelle einsetzt. Auch ohne ein Getriebe kann dieser Motor so langsam laufen, dass sich selbst in kleinen Modellmaßstäben vorbildgerechte mechanische Bewegungsabläufe realisieren lassen. Durch Form und Frequenz der Steuerspannung lässt sich neben der Drehrichtung auch die Geschwindigkeit und das Drehmoment des Motors sehr feinfühlig steuern. Im weltweit ersten Großserienmodell, der spurweite H0, steuert Märklin mit dieser Technik die Bewegung der Stromabnehmer einer E-Log und bringt damit die Modellbahntechnik auf dem Weg zu einer völlig vorbildgerechten Funktionssteuerung wieder einmal ein großes Stück nach vorn.